Der erste am, den auf die Oberradio mit KIA, erster Applaus Herr Lowe. KIA und China von Sylvesterweiß haben wir den dritten am, dieser Ratsch mit Hedini, den zweiter am, der SIDE Westrikow mit KIA und den ersten Räume herrumpflich mit PIKO, erster Applaus Herr Lowe. Wir werden eben ca. 50 Minuten hinterseiten bei uns das Hebräck für den Schall-Artspegel-Storeihe. Im letzten Jahrzehnten hinterseiten bei uns das Hebräck für die Schall-Artspegel-Storeihe. Bitte, wenn wir Ihnen noch einmal nach Hause kommen. Vielen Dank für's Zuschauen!